Booyabies Scheiß mich zu Scheiß mich zu blinde Kuh 17.15 Uhr Erst Essen Erst Essen Frisch gestärkt am Abend Erquickend und labend Und dann geh ich zu Moskito Da hat man dann halt ein bisschen schlechtere Karten beim Spinnfischen Aber in Posen und Posen Posen Ah Und Grundangeln Das sieht gut aus, oder? Ich kann ja mal da probieren, ne? Äh Jo Nei Oder Antö Dann können wir ja auch mal So, dann machen wir mal die Dreier Nei, die Vierer Die Vierer Die Vierer Und die Vierer Dann stellen wir die mal hin Und dann holen wir mal die Zweier raus Nein, die Dreier Was? 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 Die Vierer Die Vierer Und die Vierer Und die Vierer Ja, 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 ja. Kein rip Das ist kein Rbum Meere und die Vierer Ich weiß nicht, ja Das ist das So, jetzt kommst du gar nicht mehr hier. Nein, du sollst die Dinge in Ruhe lassen. Das ist drei. Dann habe ich, wo habe ich jetzt meine andere? Zwei war das, eins war das, vier. Nein, das war vier. Oh, Mann, ich komme ganz durcheinander. Drei wollte ich nicht. Ich habe mich nur verdrückt. Sorry. Als ob. Ich komme jetzt mal zum Posen, ja. Noch mal ein rotes Auge. Ja, jetzt läuft der hier wie geschmiert. Ja. Ich komme zu nichts, Leute. Kaum angefangen hier. Dann schon wieder. Oh, das sieht ja in Stress aus. Das ist ja sehr schön. Scheiße. idaar Nei, dólares Morgen. Das ist das nicht platform, ich nombre von geht es dir so hin, aber du cottest. Alter, Frau Walter. Ildi, Ildi. Gupi, ah ne. Ich glaube, meine Angelschnur ist zu kurz. Für Spielereien. Ich glaube, ich hole mal die Spinnenrute raus. Ich glaube, ich hole mal die Spinnenrute raus. Not so early, yellow from the egg. Oh. Baby. Kann ich gerade nicht. Ich muss mich hier konzentrieren. Sorry. Der Fisch macht mich hier nervös. Also manchmal frage ich mich, ja danke fürs Gespräch jetzt. Horst. Also. Tisch war nichts. Oh, oder obwohl. Okay. Okay. Mal. No. No. Nein! 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 So, it's time to stay, yup, good bye. So, da holen wir mal die andere Wummi raus, die Arrow. Ah, hab ich ja. Warte mal. Ah, abbrechen. Hab ich was eigentlich gekauft worden? Irgendwas hab ich doch gekauft, oder? Keine Ahnung. Eigentlich könnte ich hier was anderes machen, ja. Ah, bei der Pose, bei der Pose hab ich was gekauft. Bei der Pose hab ich was gekauft. Für die Pose, das wollte ich doch mal ausprobieren. Spinnfischen soll ja hier nicht so yellow sein, ne. Und dann. Okay, da. Oh, da. Okay, da. Lauf. Da. Lauf. Lauf. Die sind alle dunkler. Schlecht, ja. Schleeeeeeecht. Schleeecht, schlecht, schlecht. Schlecht, schlecht. 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 Beep. 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 I think you're all wondering. Schlecht hin. Jupp. Herroy Rentner. Hey, 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 ich bin der goldene Herr Reicher. War Room? victel sie ї interviews lan sekt es ur plate sheures. Essentially slept best in space. War Room sehen4 ManuelSそうだ unit4 War Mood sie beide掉 l�AS War Room sekt es da? War Room sekt es du laundry, War Room sekt es der Mandela. War Room sekt es sich auch noch. War Room sekt oder eben noch hier zu liegen. War Room sekt es etwas. Ah, wow. Ah, schau mir das schon. Nein, wir haben die Position geändert. Wir haben die Position geändert. Nein, ich muss wieder runter. Wir können ja nicht wiederverladen. Maschinen, die wir ein Warten ausprobieren. Aber wir bitten, dass wir die Vorbereitungen einst zusammen mit dem Bogen auszuheben. Wir haben nicht über die Vorbereitungen, sondern wir haben die Vorbereitungen. Hier können wir den Bogen aussehen. Ist der neue Hassel, der Fertig ist etwa eine Zeit, der Fertig ist, Im Morgen vor mir sitzt ein junges Mädchen. Da hab ich doch eine normale drin. Welche ist das jetzt von denen? Da müssen wir doch wieder fragen. Bist du das? Ah ja, dies von. Ich glaube ich nehme mal den Erbsenbreiwöller. Mit den Lützi? Oh, dann stellen wir die Kacke ab. Halt! Nee, ich will die abstellen. Danke. Danke. So, dann hab ich mal das. Und dann we take a look. Also scheiße ist aber 23.58 Uhr. Kacke halt. Das ist jetzt wieder so eine Nachtsession. Nachtsession? Kann ich betiteln. Nachtsession. Nachtsession. Und dann gehen wir. Und dann gehen wir auf der Kacke. Und dann gehen wir auf der Kacke. Und dann gehen wir auf der Kacke. Wäre ab und zu schon mal nice, ja, bisschen Smalltalk oder so, wäre schon eine feine Sache. Ab und zu wäre schon cool, käme man sich nicht ganz so allein vor, es geht aber jetzt auch nichts, gell. Das noch dazu, dies noch dazu. Aber absolut gar nicht. Äh, noch 40 Minuten. 40 Minuten. Bricht meine Zelt ab, ja. Bisschen Mut. Der Mut ist aufgegongen. Da-da-da-da-da-da-da. Wenn man halt mit dem Mausrad nicht so hantieren kann, wie man es gerne würde. Ist halt auch heilig, ne. Ähm. Ah, machen wir halt einen kleinen Nachtverziergang. So. Suchen wir jetzt ein schönes Plätzchen. Äh, die Vierer. Und dann schauen wir sie ab. Und dann probieren wir unser Glück mal mit... mit dem Spinnfilter. Oh. Oder mit dem Boden. Machen wir den Boden. Wollt ihr sowas? Oah, die Vierer. Ale Nup, viel Alarm, viel Alarm, ab in den Himmel her, renn ins Getümmel, renn ins Meer, renn ins Meer, Soh, das ist immer. Boah. Ah, ich habe krampft, krumm, der Körper hat sich verkrampft, ich glaube, ich könnte mal einen anderen Köder vielleicht benutzen, mal einen anderen Köder benutzen, ja, aber es wird so langsam wieder hell, dann sehe ich wieder hier bessere Schorgen, hier wollen wir das Ding raushören, ich gehe mal ein bisschen tiefer, ooooooh, ich mache mal einen anderen Köder dann, dann einmal abrechnen, ich mache mal da einen anderen Haken dann, und probiere mal hier meinen von dem hier, ja, I try, I try my best for the fish, there is no rest for the wicked one, Nanananana Jaja Stress nicht Ich bin nicht von einem Fischer, Wollen Sie noch was? Sagen? Ja Aber es wird ja wenigstens Tag, ne? Es ist gut, dass immer so ab 3 Uhr wieder heller wird, das ist schon mal von Vorteil, ne? Ja Nicht erst um 5 Uhr oder 6 Uhr, das wäre dann halt schon ärgerlich, ja Jo Where we have Fisch Jetzt habe ich nämlich gesehen, wie die Schnur da... Ohhhh 435 Gramm, das sieht gar mal so schlecht aus, ne? Ja Hahaha Wie die Schnur von links nach rechts habe ich gewusst, ah, da kommt man doch die Schnur entgegen, ne? Ja 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 Wenn die Schnur mal von links nach rechts wandert, dann weiß man, da hängt mal was dran, ne? Also Also habe ich hier das Gefühl gehabt, ne? Was war denn das? Was war denn das für ein Fail? Älterer Herr Was hast du denn da wieder gemacht? Hörg Oh, so simpel Oh simpel The simpel gimbys Ah 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 Holy shit, ja Den sieht man halt nicht so gut beim Tag, also ich erkenne halt schlechter. Das ist immer kurios, wenn du auf den Chat guckst. Und der letzte Labe war da einer, der neigler, äh, stressfreies Sweepen nennt man das dann, ja. Völlig losgelöst und der Laterne steht ein Tiernchen. Völlig ungehend. Ein kleines Musikhalses Potpourri zum Abend. Ein kleines Musikhalses Potpourri zum Abend. Das ist der ältere Herr, der verläuft. Mal aufpassen, aufpassen. Auf wenigstens ein paar Fischis. Mal aufpassen. Mal aufpassen. Mal aufpassen. Mal bei den naht. Da könnte man doch was haben, oder? Eventuell. Man wird doch so ein schöner großer, das wär was geiles. Oh, ne Schleie. Schleie hab ich glaube ich doch gar nicht gehabt. Yeah. Fangen sie 10 verschiedene Fischarten. Nice. Holy shit. Schleie, wie gesagt, hab ich doch nie gehabt. Geilomat. Geilomat. Da kommt doch Freude auf, oder? Oder nicht? Ab und zu schon, oder? So, wir probieren's nochmal mit der anderen hier. Mal mit der wir da hier testen, ob was geht. Ob man da vielleicht ein bisschen Glück haben will. Schaut aber nicht so aus, ne. Schaut die nicht so aus. Ach, nicht so aus. Mal mit der anderen nicht. Ich würde so aus. Oh, okay. So, ob wir hier mehr einen Stafeln haben. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, na. Oh, ja. Oh, ja. Oh, das erste. Oh, ja. Ah, ich muss nicht wissen, dass ich heute Morgen habe. Tumbelier. M-Tumbelier. 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 Das Geräusch macht mich schon nervös hier, sehr nervös. Aber schön ist ja dieser Ausblick, er ist so beruhigend, da könnte man einfach nur auf diesen Geländerausschnitt hier drauf schauen und die Geräusche, okay, bis auf die Moskitos nebendran, die da bis zu einem auf den Sack gehen, also das Vögelgezwitscher, schon beruhigend. Hat schon so was Beruhigendes an sich, ja. Sieht jetzt aber nicht nach Biss aus, oder? Ah doch, ah doch, Biss, Biss, ein bisschen Biss. Ja der Erbsenbrei scheint gar nicht mal so, oh der sieht gut aus. Güster, Diebel, Brackse, ja hallo, hallo, hallo. Aber zu einer Trophie hier bekomme ich heute nicht. Das wäre doch cool, so ein Trophie Fisch, ne. Ein Trophie Fisch, kein Trophie Fisch, sondern ein Trophie Fisch. Ein viel, ein thick. Ja der ein bisschen, was ich? Einer, vallengut. Aja, wabig, eh? Und hier mal einfach... ... Ruhh! Die Moschitos da her. Äh, ich muss mal irgendwo hin, gucken, ich brauche Häusern, so wie ich meine Muppe so verkaufen kann, ja. Nicht alles da, oder? Ja. Platt aus dem Gegend oben rein. Wie lange noch? Ah ja, noch 20 Minuten. Ja, kaum, ja. Die stecht mitten da her. Ja, der Wurmholt ist ja nicht so richtig, oder? Das Würmchen, das arme Würmchen. Oder soll ich da mal ein Stinkding dranhängen? Knoblauchpreis. Mal Tasten. Mal Tasten. Schauen wir mal das. Wie sie darauf reagieren, ob da jemand darauf reagiert. Ich habe sie weggelungen, ich Arsch. Böse Rossi, Böse. Kurz um durch das Fuder nicht wegzunehmen. Ich kann schon durch das Fuder nicht wegzunehmen. Kann alles. Kann alles und kann nichts. Kann ich dich auf meine見面, Kann ich dir die 2-0-4 zu sein? Kann ich dir die 5-0-4 zu sein? Dann in das ein paar Content für mich zu ver willst. Du hast sie. Ich trau' mal von dir, ne? Ich trau' mal von dir, ne? Dann spiel' ich mit dir. Krause, krause. I got you, babe. I got you, babe. Ne krause. So verbringt man den Tag am See. Ich denk' mal, Johnny wird wieder daheim sein. Vom Essen. Was es wohl leckeres gab. Ich trau' mal. Ich trau' mal, dass ich hier ein Bilde schaue. Ich trau' mal, was ich habe mal gucken. Ich trau' mal gucken. Ich trau' mal gucken. Ja, ja. Ich trau' mal gucken. Ich trau' nur. kommt was schönes geiles maximal gefangenen fisch pro tag wieder wenigstens das ne die maximale fisch kleiner erfolg nennen wir es mal so einen kleinen erfolg das müssen wir aber mal da orientieren wo ich da überhaupt bin ah ich bin hier alles gut da kann ich nämlich jetzt mal schnell ein ich habe das glöckchen gehört ich habe das glöckchen gehört glöckchen glöckchen mich verarscht aber das ist praktisch da ist nämlich der fisch glöckchen 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 das war leider nicht glöckchen Dann schauen wir mal, was wir alles jetzt mal verdient haben in der Zwischenzeit. Guten Tag, Hütte. Guten Tag. Einen guten Tag, ich wünsche. Ein Tag am See. Jo, da, ja, ja, hallo, ja, guck mal. Nix. Eins, eins, sieben. Nix. Eins, fünf. Zwei, vier. Zwei, vier. Zwei, vier. Äh. Vier. Vier, vier Komma drei. Ja, hallo. Äh. Ne. Zwei. Dies. Dinn. Habe ich einen Tag genommen oder? Jo, simpel. Und das um 12 Uhr Mittags geh, hat er da das Ding da noch an, der Simpel. So, da zwei. No. Hallo. So, dann haben wir die Vierer. Schmeißen die noch mal kurz raus in den paar Minuten. Und jo. And then we cook. And then we cook. Nein, drei wollte ich. Und dann we try our best for the rest. There is no red photo with that one. Oh, yes. Yes, I will fight for my country. No, 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 no. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Und dann wieder runter. Ja da da. Tü 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 tü, tü tü tü. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz, my friend's old right Porsche, da-da-da-da-da. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz, my friend's old right Porsche, howdy, howdy. Howdy, Nina, it's some art flaw. Fisch, 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 Fisch. Komm zu mir, mein kleiner Fisch. Ja, dann machen wir mal der Rest noch hier mit dem. Machen wir hier mal die Bremer 24. Ein Kleinbetreuer lag die letzten sechs Minuten. Ja. 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 Ahhhh No, okay, doh nicht Nippe lippi Dann gehen wir noch einmal auf die Pose schnell, einmal auf die Pose. Fällt nicht weg. Pose war 3. Machen hier etwas anders. Ich probiere noch einmal vier Minuten mit dem Bein. Ja, voll im Zeitung. Nog vier Minuten. Es hat andere gelandet. Ich trug es runter. Obst, obst, obst. Ich glaube, ich mache da wieder Würmchen dran. Ja. Wurmel. Wurmel, Urmel. Wurmel. 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 Kommt noch ein schneller, dreieinhalb Minuten, three and a half minutes, hab ich da extra so schön angefüttert, noch alles und guck mal, naja, ein bisschen Kinder, naja. Ich bin abgeholt, ich wollte gar nicht draufdrücken, ich wollte nur den Finger drauflegen, ne, weil der Finger war aber da ganz wo anders, na, shit happens, ne, wie man so schön sagt, ne, shit happens. Ah, Simon, da oben die Zeit ist halt ein Werder. Willkommen im Chat, er schreibt mir willkommen im Chat, ist da gar keiner da. Ja, das ist ein Land. Zehn verschiedene Fahrten beim Steppi. Ein Land, ein Land, ein Land, ein Land ist ein Land. Thank you very much. Thank you very much. Hat sich doch noch gelohnt, oder? Der kurzer Ausflug hier. Dann bringen wir das Geld hier noch unter die Leute, um gut zu sch... Äh, das Geld noch unter die Leute, den fischt noch unter die Leute. Naja. So, jetzt gucken wir noch. 1,5 Minuten. Hab ich... Krieg ich wenigstens mehr noch einen Fähigkeitenpunkt, oder? No? Ich hab immer noch keinen neuen. Aaaaah. Ich hab keine Fähigkeitenpunkt. Kurz die Statistik hier anschauen, ne? Hier, der war mein größter Rekordfang, ja. 1,5. Rekord auf Posenroute. 1,1. Grundroute auch ein Kilo. Der war schlimm, der... Der... Der Drecksbarster. Der Kammstärkste und riskanteste. Ist immer interessant, so eine Statistik hier. Naja. Entgelände aus der Maus. War ja schon unter der Minute, ne? Äh. Der Kuh war unter der Minute. Was machen sie denn da draußen, oder? Skurrilität, ja. Ja, ist aber schön.